Auf der diesjährigen WWDC wurden ja bekanntlich keine neuen Macs und insgesamt auch keine neue Hardware präsentiert. Das holt Apple aber jetzt nach und zwar mit dem neuen iMac 2014. Wir sind hier auf der Apple Homepage und hier bekommen wir noch nichts Neues angezeigt. Immer noch O6, Yosemite, iOS 8, das iPhone 5S und so weiter. Allerdings wenn wir einmal auf den Store klicken, dann sehen wir hier iMac 21,5 Modell startet oder jetzt ab 1090 Euro und der 27er ab 1799 Euro. Da gehen wir jetzt einfach einmal drauf. Äußerlich hat sich nicht viel verändert, das Design ist immer noch gleich geblieben, nur die Spezifikationen haben sich geändert. Ihr seht, wir haben jetzt nicht nur zwei 21,5 Zoll Modelle, sondern drei, wobei nur hier eins eigentlich neu ist. Und das ist eine Art abgespeckte Variante, Version des iMacs, denn wir haben hier bei der allerkleinsten Variante oder bei der neuen Variante nur einen Dual-Core 1,4 GHz Intel Core i5 Prozessor. Allerdings haben wir 8 GB Arbeitsspeicher und eine 5 GB Festplatte, eine ganz normale, also keine SSD oder so. Dann haben wir die Intel HD Graphics 5000, die auch im MacBook Air, meine ich, verbaut ist. Können wir mal eben schnell gucken. Ja, genau, das ist die gleiche Grafik, also Onboard-Grafik oder interne Grafik auf dem Prozessor wie bei dem MacBook Air und ich glaube bei den kleinsten MacBook Pros. Sonst weiteres hat sich bei den anderen Modellen nicht getan. Der Preis ist um 100 Euro gesunken. Wir starten jetzt ab 1099 Euro und es geht bis standardmäßig 1999 Euro. Wir können natürlich noch die weiteren Modelle immer noch konfigurieren. Wir nehmen jetzt einfach mal hier den 27er. Da können wir halt den Prozessor ein bisschen upgraden, natürlich den Arbeitsspeicher, wobei ich da empfehlen würde, nicht bei Apple zu kaufen, denn 600 Euro für Arbeitsspeicher, jetzt um es auf 32 GB zu erweitern, ist schon wirklich nicht gerade günstig. Und das bekommt ihr auf jeden Fall billiger bei Amazon oder diversen anderen. Natürlich könnt ihr dann auch noch den Massenspeicher aufrüsten, zum Beispiel 3 TB normale Festplatte mit 720, 7200 Umdrehungen die Minute. Das kostet dann nur, nur in Anführungsstrichen 150 Euro. Eine 1 TB Fusion Drive 200 Euro, 3 TB Fusion Drive 350 Euro und ihr könnt sogar bis zu 1 TB Flashspeicher. Allerdings, das ging auch schon bei der letzten Variante und kostet 1000 Euro. Die Grafikkarte, da könnt ihr auf die mobile Version der GeForce GTX 87 upgraden mit 4 GB Videospeicher. Wenn man sich schon diesen ganz großen iMac kauft, dann kann man auch nochmal in diese bessere Grafikkarte oder auf diesen Grafikchip upgraden. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. So, das war der größte iMac. Jetzt gucken wir uns nochmal den kleinsten an, was wir dort upgraden können, wo jetzt auch hier das Neubanner ist. Hier können wir auch den Massenspeicher upgraden und das war es auch schon. Mehr geht nicht, weil sonst ändert sich da ja auch nicht viel zu den anderen Modellen hier. Wenn man jetzt den Prozessor upgraden würde, dann könnte man sich auch gleich für 200 Euro hier die bessere Grafikkarte, 500 GB mehr Festplatte und den besseren Prozessor holen. Das lohnt dann gar nicht hier, dieses Modell noch abzugraden. Ich würde jedem empfehlen, wirklich ab diesem hier einzusteigen, weil 500 GB könnte den meisten reichen, aber die interne Grafik, Okay, wenn man jetzt nichts schneidet, großartig damit, nur Safari und so, dann könnte es reichen, aber der Prozessor, Dual Core, naja, und dann nur 1, in Anführungsstrichen nur 1,4 GHz, ist jetzt nicht so, dass, ob da nicht so ein bisschen das iMac, das Apple-Feeling verloren geht, alles läuft flüssig, genauso wie es soll. Ob man da nicht hier ein bisschen besser aufgehoben ist mit den großen oder größer getakteten iMacs und dann natürlich auch Quad-Core, ist jedem selber überlassen. Ich würde es natürlich empfehlen, immer hier entweder einen von den beiden oder gleich den 27er, weil der eignet sich natürlich perfekt zum Videoschauen, Videoschneiden und auch, wenn man jetzt hier eine vernünftige Grafikkarte drin hat, auch für das ein oder andere Spiel. Ja, das war es zu dem Video, zu diesem kurzen Infovideo. Was sagt ihr zu diesen neuen iMacs? Hätte Apple die nicht auch auf der WWDC vorstellen können? Meiner Meinung nach ja. Einen neuen Mac Mini gibt es leider immer noch nicht, der ist immer noch genauso alt wie vorher und ja, ob dieser Mac Mini wirklich ganz rausfallen wird, fände ich persönlich sehr schade, denn wer nicht so viel Geld für ein iMac ausgeben möchte, der möchte natürlich noch eine Alternative haben, vielleicht ohne Display, hat ein größeres und anderes Display, was ihm besser gefällt oder sonst was. Okay, das war es jetzt zu diesem Video. Ich sage bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao.